Hallo und willkommen auf diesem Kanal. Was machen wir hier eigentlich? So, wenn du neu auf dem Kanal bist, wir machen etwas, was einige als verrückt erklären würden. Wir sagen einfach mal, es ist revolutionär. Wir versuchen einfach ein neues System aufzubauen. Doch was meinen wir mit System? Wir meinen mit System eigentlich neues Gesellschaftssystem, neues Wirtschaftssystem. Also einfach mal, dass es anders funktioniert als jetzt. Warum? Warum? Hören Sie einfach. Es gibt unzählige Gründe. Du wirst bestimmt auch welche haben, die dich im Alltag nerven, wo du sagst, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und die sind oft systembedingt. Das heißt, keine Ahnung, du musst Steuern abgeben, ist systembedingt, gefällt dir nicht. Du magst es nicht, wie die Umwelt belastet wird, ist aber systembedingt, weil Konzerne vielleicht jetzt weniger Wert auf Umwelt legen. Dann ist es systembedingt. Dass es auf der Welt irgendwo Armut gibt und manche Leute zu reich sind, ist systembedingt. Dass es Krieg gibt, ist systembedingt. Also all diese großen Themen, wo sich Politiker schon seit Jahren den Kopf zermatern, theoretisch, ob sie es wirklich tun, wissen wir nicht. Also das. Darum geht es in diesem Kanal hier. Und wir würden gerne ein neues haben. So, wie das am Ende aussieht, wer weiß. Vielleicht entscheidest du das? Vielleicht auch nicht. Das hängt davon ab, was dein Input ist. Wenn du nur zuguckst, ist es auch super. Wenn du es magst, mach einen Daumen hoch. Wenn du weitergucken willst, abonnier den Kanal. Aber im Grunde ist es Forschung. Und Forschung dauert ein bisschen. Und wenn man sich Forschung genau anguckt, dann ist es so, man hat ein Ziel, man will ein neues System. Dann setzt man ein paar Rahmenbedingungen. Die haben wir schon in ein paar Videos gesetzt, die kannst du dir gerne angucken. Und dann möchte man sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen immer weiter vortasten und gucken, wie weit man es schafft. Und natürlich immer mit dem Ziel, es auch zu erreichen und zu verwirklichen. So, und darum geht es hier in diesem Kanal. Und es gibt nicht den Weg. Denn wenn es den Weg geben würde, wären wir einfach alle schon gegangen und alles wäre in Ordnung. Das ist aber nicht so. Deswegen, wie bei jeder Forschung, man muss zwischendurch immer wieder neu justieren und anpassen. Man versucht vielleicht einen Ansatz, der funktioniert einfach nicht. Da muss man analysieren, warum funktioniert der nicht. Wie kommt es dazu, dass er nicht funktioniert? Was sind die Probleme? Vielleicht probiert man einen neuen Ansatz. Vielleicht hast du einen Ansatz. Wenn du einen Ansatz hast, das ist der richtige Kanal für dich. Du kannst deinen Ansatz uns mitteilen. Du kannst mitmachen. Du kannst eigene Konzepte entwerfen, vorlegen, unsere verbessern. Und vielleicht tragen wir dann dein Ziel vor. Vielleicht ist deine Lösung die perfekte. Dann mach mit. Also dieser Kanal ist für alle da, die Lust auf etwas Neues haben. Die einfach mal sehen wollen, wie würde die Welt funktionieren, wenn ein anderes System am Laufen wäre. Und noch ein Punkt zum System. Alle Systeme, die wir hier haben, ob jetzt Wirtschaft, Kriege oder die ganzen Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, sind alles Gedankenkonstrukte. Das heißt, es basiert eigentlich alles auf psychologischen Effekten. Und die Umwelt um uns herum sorgt für diese psychologischen Effekte. Was bedeutet, wenn wir ein neues System wollen, müssen wir die psychologischen Effekte umkehren. Und wir versuchen das hier auf dem Kanal mit technischen Aspekten zu erreichen, weil wir Menschen technisch mittlerweile sehr weit fortgeschritten sind. Und ja, wir versuchen es auf der technischen Basis. Das heißt, neue psychologische Effekte mit technischer Unterstützung. Und wenn du denkst, dass es interessant ist, mitmachen willst oder einfach nur zuschauen, dann mach mit. Schau zu. Und wir sehen uns bei den Videos. Bis dann. Ciao.